Wie ist Feit? Was geht denn? Alter, vielen, vielen lieben Dank für die 5 verschenkten Abonnements. So viele neue Müller, Älteste. Danke für den Support. Jan, Wabort, Jojo, Fatman und Zensur, bedankt euch ordentlich. Oh, warte, wir können doch kein Deer pushen. Wir müssen erstmal unseren Wald finden. Ey, danke für den Support, für die 5 verschenkten Subs. Hallo, Falling Sky. So, mit Khmer können wir French Rush natürlich nicht so geil machen. Ja, Björn, danke für dein Follower, ey. Ich wollte schon danke für den Sub sagen. Weil wir ja mit Khmer idealerweise eigentlich keine Barracks bauen wollen. Ey, Leute, danke für den Support, wirklich. Unfassbar. Und Silver Sheep-Scout kommt auch nochmal mit dem Abonnement um die Ecke. Vielen lieben Dank für den Sub. Willkommen bei dem Müller Ältesten-Schieb. Irgendwie... Irgendwie... Sollte ich mal mein zweites Ball noch finden. Erichs, der Ehre, Mann, bitte immer so weitermachen. Stage-Diver, danke für die netten Worte. Ihr habt mich abgelenkt, Leute. 3 auf Holz mit Khmer. Ja, kann man doch eigentlich 2 spielen, stimmt schon. Da hast du recht. Eigentlich mal ein vernünftiger Stream und nicht diese Low-Elo von der Holzi. Ja, stimmt. Ja. Stimmt. Da haben wir es gejinxt. Nahrung. Ey, da wäre ich fast drauf reingefallen jetzt. Da wäre ich fast drauf reingefallen, Marzino. Nochmal was vom Botkin gehört. Äh, in letzter Zeit nicht so viel, ne. Gucken, ob wir eine Barracks finden. Oder ob wir einfach nur Skirm-Defense spielen. Mh, hätten doch eigentlich ein zweites Lumbercamp bauen können, oder? Choo-choo, der Halb-Train fährt ab. Mh. Mh. Der hat uns noch nicht gescoutet, der weiß nicht, was wir machen. Ja. Das Ding ist, wir haben halt auch nicht so richtig irgendwie einen vernünftigen zweiten Wald, ne. Okay, jetzt ist er ab. Er denkt halt gerade, dass Scouts von uns kommen. Was ganz Gutes. Ich wollte ein bisschen Scout-Up hier wegtraden. Weil er sonst Scrums so gut verteidigen kann. Okay. So, Eco-Upgrades haben wir da, oder? Ja, soweit. Ahaha, Haus! Da auch noch aufm Will-Haus und nicht aufm Skam. Ungünstig. Seit wann bagen die an der Wood-Line immer wieder so rum? Oh, haben nicht geschossen. Scheiße. Jetzt weiß er, dass ich Skurms spiele und wir haben nicht mal den Scout gekillt. So, wo kann er denn angreifen? Überall eigentlich. Na gut zu haben? Ja. Actually, die lassen wir nicht. Der heißt ja jetzt, dass wir Scrums machen und wird nicht so sehr auf Archer-Over-Extenden. Müssen hier oben noch irgendwie zumachen. Oh, hier ist dicht? Lull, nice. Bis wohin geht denn das? Nichtes, bis ich Imagine Lull oder Wie gemacht. Und bin schon leer für den Aus-Debug. Oh, er hat sogar Fletschen gedrückt. Gut für uns. Okay. Das ist unverfassbar, weil wir jetzt halt auch keine Spears machen können. Okay. 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 Das war's für heute. Warum werden mir nur zwei Idol angezeigt, wenn hier vier drin sind? Nein! Oh, Alter! So! So! Oh, Alter! So! 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 Nächster Ja, das ist gut. Das war's für heute. Schuss Das war's. 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 Das war's.